Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst das Laub an den Bäumen einfärbt, dann beginnt in der ältesten Weinbauregion Deutschlands eine atemberaubend schöne Zeit. Die Hänge erstrahlen in warmen Gelb- und Orangetönen, der Duft von reifen Trauben liegt in der Luft und ehrwürdige Burgen erscheinen besonders majestätisch. Im Oktober 2023 wollten wir die beliebte Urlaubsregion Mosel, von der wir schon viel Gutes gehört hatten, einmal selbst erkunden. Und das natürlich mit dem Fahrrad. Begleitet uns auf unserer Reise durch eine faszinierende Kulturlandschaft. Von der mächtigen Mündung der Mosel auf ihren gesamten Verlauf durch Deutschland und Frankreich bis zu ihren Ursprung in den Vogesen. Die Tage verbringen wir auf dem Fahrrad die kalten Nächte im Zelt. Wir zeigen euch den Weg an der Mosel in seiner ganzen Vielfalt und nehmen euch mit zu unseren größten Highlights auf der Strecke. Eins vorweg, auf dem Mosel-Radweg ist Genuss vorprogrammiert. Und jetzt wünschen wir euch wie immer viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Früh starteten wir aus unserer Heimat und fuhren mit den ICE bis Wiesbaden. Eigentlich wollten wir ja bis Mainz, aber das nationale Zugunternehmen hatte kurzfristig die Pläne geändert. Mit der S-Bahn kommen wir aber trotzdem schnell an unser Ziel. Barrierefreier Bahnhof Mainz-Ort. Da steigen wir auch in Mainz-Ort auf. Ja, das ist halt die andere Frage. Nachdem wir unsere Reiseräder vorsichtig den Bordstein hinunterbalanciert haben, stürzen wir uns ins Getümmel von Mainz. Wir befinden uns bereits auf dem Rheinradweg, schlängeln uns jedoch zu Beginn durch Gewerbegebiete und Kleingartenanlagen. Der erste Blick auf den in der Sonne glitzernden Rhein lässt uns sofort im Urlaubsmodus ankommen. Zwar ist unser primäres Ziel die Mosel, aber das malerische Rheintal bis Koblenz wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und wenn alles gut geht, dann werden wir nach einer Radreise von zwei Wochen und über 1000 Kilometern auf dem Rad wieder in Mainz ankommen. Wir freuen uns. Passend zu unserer Stimmung zeigt sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Links und rechts tauchen die ersten Burgen auf und unsere Fahrräder laufen hervorragend. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Radreisebericht von uns. Wir sind mal wieder unterwegs. Wie ihr sehen könnt, hinter uns befindet sich ein Fluss und das ist der Rhein. Und wo genau geht es eigentlich für uns hin in den nächsten Tagen? Ja, wir sind heute mit dem Zug bis nach Mainz gefahren und sind jetzt hier am Rhein unterwegs in Richtung St. Goa. Also bis zur Loreley wollen wir heute. Aber das Ziel ist nicht der Rheinradweg von diesem Urlaub, sondern eigentlich wollen wir den Moselradweg fahren. Den kennen wir beide noch nicht und wir wollen den jetzt Stück für Stück mal uns anschauen in Richtung Frankreich und dann bis hoch in die Vorgesen. Und dann geht es noch ein Stück weiter. Aber auf jeden Fall ein großes Stück Moselradweg wird dabei sein. Wir freuen uns schon total drauf, die schönen Moselweinberge und Moselschleifen uns anzuschauen. In Herbstfarben, hoffentlich mit ein bisschen Herbstsonne dabei. Ja, heute hatten wir schon mal sehr viel Glück. Es war eigentlich Regen angesagt. Bis jetzt war es hauptsächlich sonnig. Und wir hoffen, dass es vielleicht etwas trockener bleibt als in unserer letzten Oktoberradreise durch die Niederlande. Gehen wir einfach mal vom Besten aus. Und wir freuen uns, wenn ihr uns jetzt begleidet und viel Spaß vor allem dabei habt. Ganz viel Spaß. Jetzt geht es weiter auf dem Rheinradweg erstmal noch ein ganzes Stück. Und obwohl soweit ist es eigentlich gar nicht mehr, dann schlagen wir unser Zelt auf zum ersten Mal. Zelten im Oktober wird auch nochmal spannend. Aber wir wollten auf jeden Fall dieses Jahr nochmal zelten und haben unsere Ausrüstung nochmal ein bisschen aufgestockt. Also teilweise zumindest. Ja, sodass wir auf jeden Fall auch möglichst nicht frieren. Ja, schauen wir mal. Aber wir sind ja Zeltenbummler. Wir werden es überleben. Deswegen das Zelt. Das Zelt. Achso. Jetzt raffe ich das. Ja. Okay. Na schon, oder? Einen wirklich lohnenswerten Zwischenstopp bietet der historische Ortskern von Oberwesel mit seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer. Vom Stadtmauergarten genießen wir eine herrliche Aussicht auf das Rheintal und die märchenhaft anmutende Schönburg. Das ist die Lorelei. Der Lorelei-Felsen. So sieht es aus. Und was sagst du? Äh, beeindruckend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie du es dir vorgestellt hast. Naja, ich war ja schon mal hier. Aber beim letzten Mal ist es geregnet. Es ist jetzt schön, das auch nochmal im Licht erstrahlt zu sehen. Gerade so noch. Nett anzusehen auf jeden Fall. Ziemlich großer Felsen. Und das Schöne ist, wir können es uns jetzt noch den ganzen Abend anschauen, da da drüben schon unser Campingplatz ist. Ach krass. Nur einen Kilometer entfernt. Und da haben wir natürlich Blick auf die Lorelei. Jetzt müssen wir bloß hoffen, dass das Versprechen auf der Website stimmt, dass man einfach ohne Voranmeldung kommen kann. Und dass man auch sein Zelt aufstellen kann. Bis jetzt sehe ich nur Campingwagen. Aber das ist ja mittlerweile auch fast jeden Campingplatz. Ja, vielleicht zählten auch einfach im Oktober nicht mehr so viele Menschen. Ja, hoffen wir mal, dass wir uns noch reinlassen. Sonst haben wir ein Problem. Wir sind angekommen am Campingplatz Lorelei Blick. Es war ja nur noch ein kurzer Weg jetzt bis hierhin. Und hier ist auch noch viel Platz auf der Wiese. Ganz vorne am Rhein nicht mehr. Da stehen schon Campingwagen, die wahrscheinlich schon länger hier sind oder das schon reserviert haben. Vermutlich, ja. Aber wir können trotzdem ganz schön auf den Felsen schauen. Und ja, werden jetzt hier das Zelt aufschlagen. Morgen früh gibt es noch Brötchen. Da freuen wir uns auch. Hier haben wir was zu essen. Morgen ist ja Sonntag. Kann man wieder nichts einkaufen. Und wir können morgen auch kein Fahrradladen aufsuchen, um Annes erstes Malheur am Fahrrad zu reparieren. Übrigens, um das kurz nochmal zu erklären, Anne hat sich als Übergangsfahrrad ein gebrauchtes Rad gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Aber jetzt, ja, das Ende vom Lied ist, der Flaschenhalter, der schon mit dran war, ist heute leider abgebrochen. Also der war schon gebrochen und jetzt ist er vollends abgebrochen, sodass ich jetzt meine Flasche nicht mehr befestigen kann. Okay, keine Qualität, keine gute Qualität, nein. Passiert. Ansonsten ist das Fahrrad heute gut gelaufen und ja, wir werden schon irgendwie noch eine Lösung finden, oder? Ist ja immer so eigentlich, dass in meinen Augen mal was kaputt geht und das gehört irgendwie dazu. Das gehört dazu, wenn man ja sowas hat halt. Warum jetzt erst mal das Zelt auf? Jo! Ja, es ist warm. Ja, es ist warm. Essen ist fertig. Es gibt One-Pot-Pasta mit Möhren und Bohnen und Kräutern. Sieht richtig gut aus. Und es ist warm und durch und es wird uns jetzt bestimmt gut schmecken. Ja. Wir gehen jetzt ins Zelt und essen ins Zelt. Draußen ist es nicht mehr ganz so gemütlich. Nee, er hat gerade kurz genieselt, das war ein bisschen eklisch. Weil wir saw her r tight. Sieht richtig gut aus. Sieht recht fast. Ruhigequarium hier, kamotبد. Das warHHHH о io Lemock, lag die Off. Nein aber sicher. Im Moment haben wir alignment über dem region der Verein und das Flwoman kamot erlebt. Vielleicht sinners? So, kleiner Stopp hier in Bobbart, direkt am Rhein. Es fängt an zu regnen und Philipp sucht seine kurze Hose. Das ist kein Witz, er will wirklich seine kurze Hose anziehen. Ja, auch wenn es regnet, es sind ja irgendwie neun Grad halt und es werden ja halt bis zwölf Grad heute. Es nervt das schon wieder. Es ist wirklich kein Wetter für lange Hosen, überhaupt nicht. Ja gut, ich bleib bei meinen langen Sachen, bei meiner Jacke und Merino Shirt und setz' jetzt mal die Kapuze auf gegen den Regen. Wir fahren hier gerade schön durch die Weinberge. Also eigentlich so die ersten Weinberge, die wir heute sehen. Ja, heute zumindest, ja. Hier noch im Rheintal. Wir waren jetzt gerade in Bobbart. Ganz schönes Städtchen, wo Philipp sich die kurze Hose auch dann doch noch angezogen hat, nachdem er sie gefunden hat. Ja, und wer lacht jetzt? Ja, Sonne ist draußen, es ist warm. Irgendwie hattest du vielleicht auch gar nicht unrecht. Außerdem ist ja Temperaturempfinden immer sehr unterschiedlich. Das sieht man ja ganz oft, wenn man irgendwie Leute auf dem Fahrrad sieht, die ja völlig anders angezogen sind als man selbst und wundert sich dann irgendwie. Und es gab vielleicht noch ein kleines Frühstück. So Brötchen vom Campingplatz haben wir uns noch schmecken lassen. Genau, da haben wir das jetzt gleich noch ausgenutzt. Und jetzt geht's einfach straight nach Koblenz. Und dann... Aua. Und dann an die Mose und da freuen wir uns schon. Yes. Hoch über dem Rhein bei Koblenz thront die majestätische Festung Ehrenbreitstein, deren Ursprünge im 10. Jahrhundert liegen und die im Laufe der Jahrhunderte stetig erweitert und befestigt wurde. Die heutige Anlage ist jedoch ein originalgetreuer Nachbau aus dem frühen 19. Jahrhundert. So, wir befinden uns jetzt am Deutschen Eck. Haben uns hier kurz mal alles angeschaut. Koblenz ist wirklich ganz nett auf jeden Fall. Das ist ein bisschen was wir jetzt gesehen haben. Wir waren ja beide schon mal hier. Von daher müssen wir uns jetzt auch nicht zu sehr hier aufhalten. Es geht jetzt vom Rhein weg. Wir verabschieden uns also und sagen Hallo Mosel. Und der folgen wir jetzt weiter. Das Weinbaugebiet Mosel erstreckt sich über gut 8600 Hektar Anbaufläche mit geschätzt 60 Millionen Rebstöcken. Die mit 91 Prozent überwiegende Mehrheit beläuft sich auf weiße Trauben. Mit Abstand am häufigsten wird der Riesling angebaut. Jedes Jahr besuchen rund 2,7 Millionen Besucherinnen und Besucher die bekannte Weinbauregion und deren Weinfeste oder kaufen direkt beim Winzer echten Moselwein für zu Hause. Der Moselradweg führt direkt am Wasser entlang. Die Ausblicke auf die Weinhänge und die herrlichen Burgen verschlagen uns den Atem. Wir bekommen Lust die Weinberge zu erkunden und durch alte Gemäuer zu streifen. Wir bleiben jedoch vorerst dabei die Fahrt in vollen Zügen zu genießen. Meist radeln wir leider direkt an der Straße entlang. Der Autoverkehr hält sich aber zum Glück in Grenzen. Angekommen der Doppelgemeinde Dreiskarten steuern wir unseren Campingplatz für die heutige Nacht an. Der Platz Mosel Island liegt auf einer kleinen Insel. Der Platz wurde bei mir über den Ort und den Berg, die auch alles gut da sein und das ist es. Der Platz wurde sehr hoch und unter den Boden auf vermutlich. Ich wärm 8 Prozent der Doppelgemeinde dreisenden. Der Platz wurde aber auch noch auf den Weg in Grenzen. Oh, du bist weißt? Wir haben ihn nur noch einen Rechnung an. Und der Doppelge sind. Das nasse Tarp wird rausgeholt, denn wir sind angekommen am Campingplatz. Ja, wir legen jetzt das nasse Tarp unter das nasse Zelt. Ja, Kontingenz. Minus mal Minus ist Plus. Wir hoffen, dass dadurch alles beides trocken wird. Ja, mal sehen, ob dieser schlaue Plan aufgeht. Ja. Leider ist jetzt die Sonne auch schon fast weg. Ja, und weil trotzdem meine Sonne läuft. So richtig. Vorhin hätten wir es mal kurz eigentlich in der Sonne ausbreiten und hinlegen können. Haben wir nicht dran gedacht. Oder wir hätten es irgendwie am Fahrrad dranbinden, ans Fahrrad dranbinden können. Genau, zwischen die beiden Rädern dann aufspannen. Ist egal. Muss jetzt gehen. So, es ist jetzt schon der nächste Morgen. Die neue Woche beginnt. Es ist Montag. Und es ist wirklich knackig kalt. 1-2 Grad vielleicht. Die Nacht haben wir nicht gefroren, weil wir ganz gut eingepackt waren in unsere Schlafsäcke. Aber jetzt hier draußen ist es schon ordentlich kalt. Trotzdem wird dieses Zelt natürlich zusammengebaut und packen unsere Sachen und wollen dann bald starten. So sieht es aus. Gestern haben wir noch ganz gut gegessen. In einer schönen urigen Gaststätte hier direkt am Ort. Zehn Minuten vom Campingplatz entfernt. War echt lecker. Und heute die Tour ist auch nicht so lang, mit 70 Kilometern ungefähr. Mal sehen, was uns auf dem Weg erwartet werden. Jetzt auch erstmal nicht auf den Moselradweg weiterfahren, sondern schauen, dass wir hier auf der anderen Seite über so einen Forstweg erstmal rüberkommen. Um noch länger still zu stehen, wird es uns zu kalt. Wir schwingen uns auf die Fahrräder, um uns wieder auf Temperatur zu bringen. Auf den gut befestigten Forstwegen lässt es sich super radeln. Hier ist Natur pur angesagt. Es gefällt uns total, den Tag mit einer Fahrt auf ruhigen und abgeschieden gelegenen Pfaden zu starten. Mal sehen, wenn wir die Fahrrad fahren müssen. Hier können wir die Fahrrad auf die Fahrrad vorfahren gehen und vragen. Wir haben surely einen guten Tag auf die Fahrrad auf die Fahrrad. Wir haben natürlich dort die Fahrrad-Wertelgeist Ochrolog unsituation. Wir haben ja wohl ein paarinein Betriebe. Wir werden jetzt hierherentwickeln vom Städchen dauer. Oh Gott, Gott, Gott ist hierherentworte aus. Mit dem? Wir haben nämlich hierherentwickelt und Bunch. Anne genießt ihr Frühstück, das wir ja noch nicht hatten. Und ich schaue schon mal, wie es weitergeht. Ein sehr schöner Weg hier gerade entlang der Mosel. Drüben sieht es ungefähr so aus, wie gestern die ganze Zeit am Ende. Ein Radweg direkt unter die Straße. Wir hatten ja noch kein Frühstück, weil wir bisher nur durch die Natur gefahren sind. Und vorhin haben wir schon zwei kleine Walnüsse gegessen. Und jetzt gibt es auch noch Blümchen. Die esse ich jetzt. Eine Kapuzinerblüte. Wenn die so schön aussieht. Guten Hunger. Wenig später ist der Weg asphaltiert und führt uns nach Cochem, wo wir einen wunderbaren Blick auf die Reichsburg erhaschen können. Ihre Ursprünge reichen ins 12. Jahrhundert. Allerdings wurde die Anlage im 17. Jahrhundert zerstört und von 1868 bis 1878 im neogotischen Stil wieder aufgebaut. Auch der weitere Weg lässt uns bei brillantem Wetter kaum Zeit, aus dem Schwärmen für unsere Umgebung herauszukommen. Die Mosel schlängelt sich durch eine Landschaft, die abwechselnd bunte Weinhänge und historische Bauwerke darbietet. Jetzt kamen uns gerade zwei Radfahrer entgegen, die uns zu verstehen gegeben haben, dass man hier durchfahren kann. Und netterweise wurde einfach der Radweg hier an der Seite stehen gelassen, während die Straße aufgerissen ist. Also freie Fahrt für uns. So, wir sind gerade an der Baustelle vorbei. Das heißt, wir haben hier auch tatsächlich mal den ganzen Platz rechts von der Mosel für uns. Wir können hier auch mal gechillt auf der Straße fahren. Und ja, wo wir gerade bei dem Thema sind. Wir fahren bis jetzt auf der rechten Seite der Mosel. Der eigentliche offizielle Mosel-Radweg, wenn man das so sagen kann, ist auf der anderen Seite. Aber wir fanden, dass wir bis jetzt eine sehr schöne Strecke hatten. Selten direkt an der Straße entlang. So eine richtig schöne lange Zeit auch unterhalb der Straße, wo man schöne Ruhe hatte. Und jetzt dieses Stück noch. Ja, wir sind gespannt, was der restliche Tag noch so bringt. Und das Wetter sieht jetzt auch langsam top aus. Es ist noch kalt, aber es wird. So, jetzt müssen wir heute rüberkommen. Ja. Ja. Obwohl nach dem Ort Senheim wirklich alle offiziellen Radwege wieder auf die andere Seite der Mosel führen, entscheiden wir uns für einen Schorterweg, der uns in ein Waldstück mit abwechslungsreicher Strecke bringt. Hier kommt richtige Cravelfreude auf. Wären wir nicht so schwer bepackt, hätten wir wohl den ganzen Tagwege abseits des Asphalts gewählt. Nach einer engen Schleife der Mosel öffnet sich wieder ein ganz neuer Blick. Die malerische Klosterruine Stuben hätten wir auf der offiziellen Route komplett verpasst. Wir haben gerade einen sehr schönen Blick auf die Mosel von etwas erhöhter Position hier neben den Bahnschienen. Jetzt haben wir uns auch mal getraut, die Jacken wegzulassen. Und das fährt sich total angenehm, also herrlich gerade. Ne? Ja, also jetzt hatten wir gerade kurz befürchtet, dass wir auf so einer Straße fahren müssen. Also erstens wäre die jetzt gar nicht so stark befahren gewesen, wäre jetzt auch ganz entspannt gewesen. Aber wir wurden direkt wieder hier auf so einen Weg geführt, neben der Bahnstrecke. Und das ist eigentlich richtig fett, weil jetzt hat man hier richtig schönen Blick auf die Mosel und auf die Berge. Und muss sich eben keine Gedanken über Autos machen. Und auf mich gerade total schön, die Strecke heute. Die hat jemand richtig gut ausgesucht. Ich weiß nicht, wer es war, aber meine Herren. Aber danke. Ja, wirklich. Der ganze Tag eigentlich schon. Auch vorhin an Kochheim vorbei und durch die Waldstücke und ja, dann auch mal wirklich schön asphaltiert. Also sehr, sehr toll. Ja, es sei ja nochmal gesagt, wir wollten an der Mosel entlang fahren, aber nicht unbedingt die Mosel Radweg. Und das ist diesmal so unsere kleine Challenge, dass wir auch mal abseits der eben schon tausendmal befahrenen Wege auch ein bisschen das Gebiet her erkunden. Ich meine, gute Mosel Radweg kennen wir so auch noch nicht. Aber wir wollen es halt auch einfach mal ein bisschen anders machen, als vielleicht alle anderen können. Bis jetzt hat sich das gelohnt. Zumindest heute. Au. Au. Die sollte man vielleicht nicht nebeneinander fahren. Nein. Das wird etwas zu eng. Putz weh. Jetzt stehen wir gerade mal wieder vor einer Umleitung, die etwas kurios ist, weil wir gerade auf diese Umleitung zugefahren sind bzw. auf diese Sperrung. Und die zeigt das einfach wieder in die Richtung, wo wir gerade herkamen. Aber wir sind gerade ein paar Radfahrende uns entgegengekommen und die haben gesagt, man kommt durch. Also fahren wir auch hier durch. War tatsächlich jetzt nicht das erste Mal jetzt auf dem Mosel Radweg. Aber mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt fahren wir in Richtung Zell. Ursprünglich wollten wir jetzt hier rüber über die Brücke und dann auf der anderen Seite weiterfahren. Aber wir haben uns jetzt spontan entschieden, doch auf der Seite zu bleiben. Die hat uns bis jetzt sehr viel Glück gebracht. Mit Bullei und Zell an der Mosel durchqueren wir wieder von Tourismus und den leider dazugehörigen Parkplätzen geprägte Orte. Zum Glück landen wir aber schnell wieder auf einem separaten, ruhigen Radweg. Ich will doch mal Gras fressen. Ja, willst du nicht unsere Bäume fressen? Das schaue ich nicht. Nee, nicht. Während Kollege uns irgendwie hier gerade sehr böse angefaucht hat regelrecht, obwohl wir ja hier zuerst waren, jetzt zieht er weiter, hat Anne ein leckeres Essen für uns vorbereitet. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Wird bestimmt richtig, richtig gut. Guten Appetit. Und ja, aufs Radfahren. Auf Radreisen im Oktober? Auf Radreisen im Oktober. So gut, dass die Oktober mittlerweile so aussehen. Schmeckt besser als dein Gras. Welches Gras meinst du jetzt? So nicht. Hier drüben gibt es nämlich leckeres grünes Gras. Wir erreichen bald die Stadt Traben-Trarbach. Die unter anderem für das dekorative Tor der Moselbrücke und das Buddha-Museum bekannt ist. Unser Ziel ist aber der Ortsteil Wolf, der sich noch einige Kilometer weiter entfernt befindet. In diesem Moment wussten wir noch nicht, dass uns die größte Herausforderung des Tages noch bevorstehen sollte. Wir sind jetzt am Campingplatz angekommen, unseren Angepeilten. Und nachdem Anne jetzt sehr freundlich darauf hingewiesen wurde, dass wir bitte doch an den Automaten gehen und uns selbst einchecken, machen wir das jetzt natürlich. Da wir in Deutschland leben und wissen, dass die Digitalisierung hier schon so sehr vorangeschritten ist, geht das bestimmt alles ganz einfach. Ich möchte buchen. Ich möchte buchen. Jetzt zwei Erwachsene. Nächstes. Jetzt müssen wir das Abreisedatum wählen. Das ist morgen das 17. Okay. Aber nächstes. 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 Dann möchten wir natürlich einen Zeltplatz. Klein. Es gibt keine normalen Zeltplätze. Es gibt nur kleine. So. Jetzt steht hier irgendwas oder auch nicht. Nächstes. Ich glaube, irgendwas ist hier schief gegangen. Ah, jetzt. Standort auswählen. Anne, was nehmen wir? Nehmen wir Zelt 01, Zelt 02, Zelt 03 oder Zelt 04? Was weiß ich. Wo liegt denn das? Dann gucken wir doch mal auf unseren schlauen Plan hier. Und zwar die Zeltplätze sind grün markiert. Wo steht jetzt 01, 02, 03? Das steht da nicht. Das musst du schon wissen. Also wir wählen Zelt 01. So. Die Frage. Haben wir den ersten Hund an der Leine? Es ist natürlich die Frage. Wenn ich jetzt Nein wähle, heißt das, wir haben den ersten Hund nicht an der Leine? Weiß ich. Es kann leider nicht aussehen, dass ich gar keinen Hund habe. Also nehmen wir Nein. Nächstes. Jetzt muss man... Ihr Nummernschild. Okay. Sorry. Das Nummernschild eingeben. Was nehmen wir denn? Nächstes. Vorname. Also Vorname. Dann müssen wir einfügen machen und dann Familienname. Was ist ein Einfügen? Da weiß ich nicht, was ein will. Doch, ja. Ich darf. Ja. Telefonnummer. Leute. Man wollte uns wie gesagt nicht einchecken. Die Rezeption hat bis 18 Uhr offen. Und man kann noch Brötchen bis 17 Uhr bestellen. Das ist in neun Minuten. Aber wir können erst Brötchen bestellen, wenn wir angemeldet sind. Und da dieses Ding hier irgendwie 30 Jahre braucht. Das ist wirklich ein Service hier. Vom Feinsten. So wurde ich auch noch nicht abgespeist an der Campingrezeption. Na gut. Zumal es ja auch irgendwie ständig nach irgendwas Anderem riecht. Erst drocht es nach Chemietoilette, dann nach Benzin. Ja. Schauen wir mal, wie es dann nachher auf dem Stellplatz ist. Oh, hier gucke. Hier drücken zum Bezahlen. Ja, los geht's. Endlich. Aber das Geile ist, du kannst sogar kontaktlos sein. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Klang schon mal gut? Nicht korrekt, anders zahlen. Nein! Ziehe Anleitung Pin halt. Nein, bitte korrekt zahlen. Zahlen habe ich schon hier. Nein, nein. Das ist richtig. Warten auf Zahlen. 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 Die Anleitung, bitte korrekt zahlen. Das habe ich jetzt unkorrekt gezahlt oder was? Karte entfernen. Augenblick bitte. Das funktioniert. Ja. Ja. Wollen wir denn mal? Na ja, gut. Wir sind eingecheckt. Ja, jetzt äh. Geil. Suchen wir uns den Zeltplatz 01. Was so viel hier auf Deutsch heißt wie hier sind sowieso keine anderen Leute mit Zelt. Wir suchen uns den schönsten Platz, den wir jetzt finden. Diese ganzen Fragezeichen finde ich auch gut. Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen. Booking 20 Euro Fragezeichen. Okay. Weiter geht's. Diese zwei Teller Spaghetti mit veganer Bolognese warten jetzt auf uns, warten darauf verspeist zu werden. Wir freuen uns total. Ich klicke auf die Mosel. Den Weinbaden. In dieser kleinen Kapelle da oben. Und auf unserer anderen Seite sind auch Wein. Zwar keine Weinberge, aber Weinstöcke. Sehr schön. So wie startet der Morgen richtig? Was waren das überhaupt für Vögel? Das war ganz so komisch. Waren wir über uns drüber und dann ist sowas runtergekommen und die haben mich angekackt. Das gibt's doch nicht. Das waren drei Enten glaube ich, die gerade über uns drüber geflogen sind. Das sah eigentlich ganz schön aus. Haben ja auch einen kleinen Windstoß hinterlassen, aber irgendwie. Und irgendwie auf meiner Brille ist es auch. Und hier oben auch, oder? Warte. Ne, da ist ein bisschen der Stirn. Ey komm, das ist so wie Harry Potter ungefähr. Bloß ein bisschen. Achso und ähm. Ich glaube, die hatte ein bisschen Durchfall. Die sind. Und? Ja, ein Morgengruß ist also schon mal erfolgt von der Natur. Dann kann der Tag doch nur gut werden. Man sagt doch, das bringt Glück. Warte. Aber jetzt kacken wir uns nicht auch noch irgendwo hin. Das würde sie nicht machen. Gut. Sie will alles verbuddeln. Kann man nicht gut buddeln. Na du? Nein, nein. Nein. Oh. Nein. 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 Die Schreie ist nun auf der Aufwärmung, der Enten mit Verdauungsproblemen hinter uns. Kaum ein paar Kilometer gefahren, zweigen wir schon wieder recht spontan vom Mosel Radweg ab. Wir sind in den Weinbergen. Wir sind in den Weinbergen, ja. Mal sehen, ob das jetzt durchgängig hier so asfattiert ist. Ich glaube, ja. Wir hatten ja schon gestern mal die Idee gehabt, man müsste eigentlich nochmal hierher kommen und wirklich entlang der Weinberge, also wirklich oberhalb der Mose langfahren. Am besten mit den Gravelbikes oder so. Oder vielleicht mal richtig bis ganz nach oben. Das ist bestimmt auch richtig cool. Also der Mose-Radweg unten hat uns zwar auch gestern sehr gut gefallen, aber manchmal haben wir so Leute oben gesehen und dachten, Mensch, das wäre ja auch nicht schlecht. Deswegen wird man sich jetzt das mal so ein bisschen nachahmen und mal für ein paar Kilometer oberhalb der Mose fahren. Damit kehren wir also dem entspannten Genussradeln den Rücken zu und entscheiden uns stattdessen für schweißtreibende Höhenmeter. Ob sich diese Anstrengung am Ende lohnen wird? Mit Blick auf die 1,7 Kilometer lange Hochmose-Brücke, die man sowohl als bauliches Meisterwerk, aber auch als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes betiteln kann, geht es für uns weiter die Weinberge hinauf. Wir merken schnell, dass die Entscheidung für diesen Weg wahrlich eine richtige war. Ich weiß nicht, dass die medien dasselbe時間 nach oben ist. Ich 어딨en kann mich überlegen, denn es ist ja auch nicht schlecht wie die Töger zusammenkriminellen, Sobald knackt ist, dass der K mie zackt ist, wenn wir mit ihr in den Rücken kommen ch superheroes, in der K.A.B. von der K.A.B. von der K.A.B. von der K.A.B. von der K.A.B. und der K.A.B. von 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 der K.A.B., wow das ist echt mein blick für die götter herrlich und da hinten sieht man doch die nächste schleife die die mosel dann macht das hat sich richtig gelohnt hier aufzufahren klasse also dass es so schön ist an der mosel das hätte ich echt nicht gedacht wahnsinn top also alles was wir vorher so gehört hatten hat sich echt bewahrheitet schönes gebiet hier schotter endlich wieder schotter schon die ganze zeit auf asphalt gefahren ein träumchen endlich wieder die bekannten schotter wege das war doch jetzt schon mal eine schöne tour ein toller start in diesem tag wir haben uns extra entschieden eben nicht unten im moselradweg zu folgen sondern auch mal die weinberger hoch zu fahren und ich glaube das hat sich sehr gelohnt oder auf jeden fall also ich habe zuerst ein bisschen geschluckt dass es jetzt gleich steil bergauf geht aber ja es geht ja auch voll wenn man sich einmal daran gewöhnt und ja eigentlich fahr ich auch total gerne hoch und runter und das hat sich jetzt hier wieder gezeigt und vor allem wenn man hier durch die durch die weinberge fährt und die ganzen schönen aussichten bewundern kann und ja also hat sich das auf jeden fall gelohnt ich fand auch erstaunlich wie unterschiedlich die ganzen wein pflanzen aussehen und wie viel man da eigentlich also was für eine große vielfalt man da hier entdecken kann das hatte ich vorher gar nicht so gar nicht so gedacht also schöne entdeckung hinter uns sieht man gerade das örtchen wählen nicht so verwechseln mit stadt wählen im elbsandstein gebirge ähnlich schön ungefähr dahinter kommt der ort krach und da werden wir dann wieder runter fahren auf den eigentlichen moselrad weg und dann heißt es ein bisschen gas zu geben denn wir haben heute noch einiges vor uns 85 kilometer sind das insgesamt bis trier da haben wir gerade jetzt mal eine unterkunft endlich gebucht wird ja auch mal zeit nachdem wir gemerkt haben dass alle jugendherbergen und hostels dort schon voll belegt sind naja ist es jetzt doch ein hotel geworden macht nichts nachmittags soll wieder die sonne rauskommen da freuen wir uns natürlich auch und jetzt freuen wir uns auf das restliche stück noch hier oben lang wir werden jetzt noch nicht direkt runterfahren wie gesagt erst da hinten in den örtchen und da werden wir bestimmt noch einige schöne ausblicke haben und noch mal blick auf die nächste rose schleife dort hinten aber ein bisschen sputen müssen wir uns schon weil ich glaube heute haben wir bisher noch nicht so viele kilometer gemacht von den 85 noch nicht so viel aber manchmal muss man die auch auskosten wir kommen schon früh genug wieder an die straße da unten ja wir werden schon noch ankommen heute auf jeden fall viel spaß noch da es jetzt hauptsächlich bergab geht können wir uns ganz und gar darauf konzentrieren die wunderbaren aussichten in uns aufzusaugen auf dieser etappe den offiziellen moselradweg links oder rechts liegen zu lassen können wir nur jedem empfehlen in graach hat unser kleiner ausflug aber nun leider sein ende nein das ist nicht der eismann es ist der schrott handel wir wollen jetzt frühstück eine war gerade eben an der bäckerei wir haben auch walnüsse die man beziehungsweise die anne gestern und heute aufgesammelt hat die knacken wir gerade und lassen sie uns schmecken und dann gibt es noch eine kleine brotmahlzeit und dann wird der restliche weg bis Trier ohne pause verbracht mal sehen wir wollen ja auch noch ein bisschen was von Trier sehen dann also es wäre jetzt auch quatsch erst dort anzukommen wenn es dann schon dunkel ist morgen werden wir keine zeit dafür haben beim stress schleife um schleife klappern wir die mosel ab dabei fällt uns auf dass hier auch der offizielle radweg mit einer herrlichen roten führung zwischen weinfeldern und mosel glänzt wir fragen uns ob das radeln auf der restlichen tour entlang des flusses weiterhin so viel spaß machen wird so ungefähr 20 kilometer sind jetzt noch bis nach Trier und jetzt ist auch wirklich total schön die sonne rausgekommen nachdem wir wirklich eigentlich den ganzen tag so ein bisschen darauf gehofft haben gewartet haben dass es nachmittags sonnig wird hat es jetzt endlich geklappt die wolken an sich verzogen und es scheint die sonne ja und jetzt auch noch das zelt raus das soll auch noch trocknen denn die nächsten drei nächte vermutlich also mindestens die nächsten drei nächte eigentlich sind wir an unterkünften und wie ihr alle wisst ist es ja vielleicht nicht so cool die nassen sachen und die na also die nassen zelte oder taps oder was auch immer dann mit in die unterkunft zu nehmen dann verrottet das da mehr oder weniger dann in den dazugehörigen taschen und das dann irgendwo da aufzuhängen ist ja meist auch schwierig von daher sind wir jetzt echt froh dass jetzt noch mal die sonne raus kam und wir das jetzt nutzen können das wird eine schlange dauern und die sonnenergie nutzen wir auch noch auf eine andere art ja ich hatte vorhin schon gesagt warum haben wir das ding eigentlich mitgenommen weil wir auch mir die ganze zeit nur in den wolken fuhren aber jetzt lädt es gerade ganz ordentlich hier mit 1,6 ampere ich schätze mal so um die acht watt werden da gerade rauskommen ist jetzt auch nicht die welt aber damit kann man schon mal ganz gut seine sachen laden jetzt haben wir sogar 2,1 ampere gerade außer anne stellt sich jetzt genau davor nein klar kann man die sachen auch irgendwo anders aufladen aber wir versuchen einfach mal zu schauen würde das tatsächlich auch reichen also mein fahrrad quasi mit dem ich sachen aufladen kann und das solar panel können wir so unsere geräte alle aufladen unsere kamera akkus gopro auch handys und so weiter ja das ist so die frage die man uns stellen unsere frage ob der weg weiterhin so herrlich bleiben sollte wird in schweich beantwortet und zwar mit einem dicken fetten nein hier wird die fahrt über eine stark befahrene brücke erzwungen wo das erste mal die bis dato perfekte ausschilderung und routenführung komplett versagt zwar führen die nächsten kilometer wieder auf einen separaten radweg aber je näher wir trio kommen umso öfter zeigt doch dieser große schwäche das hier ist der türknauf von unserem hotel wenn wir heute nacht übernachten wir sind angekommen nachdem wir uns ein bisschen durch trier durch kämpfen mussten es war irgendwie nicht ganz so schön war richtig blöd dann noch über die brücke auf die andere seite zu kommen und das hat nicht so viel spaß gemacht also ja war richtig viel autoverkehr und dann gab es irgendwie keine radwege musste man eigentlich so ein bisschen auf dem fußweg fahren also haben wir dann halt einfach gemacht aber jetzt im angekommen am hotel checken jetzt erst mal ein stellen die fahrräder unter und dann machen wir uns noch auf in die altstadt gucken uns noch ein bisschen was an und 12 geschäfte müssen wir auch noch aufsuchen weil wir noch ein bisschen was besorgen müssen auf jeden fall froh dass jetzt da sind und schauen uns jetzt ein bisschen trier an die alte stadt wir sind jetzt hier in die innenstadt von trier noch mal gelaufen zu fuß und stehen jetzt hier vor dem sehr beeindruckenden dom von trier und wollen jetzt gleich noch die porta nigra anschauen leider hat das mit dem fahrradgeschäft nicht mehr funktioniert mit dem flaschenhalter ja leider waren wirklich alle fahrradgeschäfte schon 18 uhr dann geschlossen und das haben wir gerade so nicht mehr geschafft und in den anderen läden irgendwie sportläden und galeria kaufhof und überall gab es irgendwie leider keine flaschenhalter deswegen muss es jetzt irgendwie dann doch noch mal ohne gehen und vielleicht schaffen wir es ja morgen auf dem weg irgendwie an einem geschäft vorbeizukommen jetzt geht es erstmal durch trier einen kleinen entdeckungsrundgang das sieht man zwar gerade nicht dort hinten aber doch jetzt das ist eine elektrische laubbläser wäre total geklappt also auch wenn ich den einsatznutzen eines laubbläsers immer noch nicht ganz verstehe aber wenigstens der leise wirklich leise den hört man kaum sowas gibt es bei uns im osten nicht nicht schlecht ja ich höre doch was damit könnte ich sogar leben für die tiere ist es immer noch scheiße aber es ist immer noch ein bisschen naja traglicher nutzen aber immerhin ich dachte die ganze zeit wer betätigt denn hier den akkuschrauber aber das klingt wie akkuschrauber gut machen wir uns los nächste station konz noch nie gehört mal sehen wie es da so ist wir fahren jetzt weiter auf der rechten seite flussaufwärts gesehen rechte seite der mosel ja sind ein bisschen froh dass wir jetzt aus trier wieder raus sind irgendwie gab es keine radwege und man musste ständig halt über die straße schieben über irgendwelche fußgänger ampeln oder auch nicht fußgänger ampeln jetzt sind wir wieder on track auf dem radweg und freuen uns dass wir jetzt in einen neuen tag starten können heute sind wir mal richtig früh gestartet haben auch das frühstücksangebot unseres hotels ausgeschlagen und befinden uns jetzt schon wieder außerhalb von trier ich muss sagen das war bis jetzt der enttäuschendste punkt der ganzen reise also ich hätte von trier wirklich mehr erwartet so als älteste deutsche stadt klar die porta nigra war schon beeindruckend aber auch da warum baut man direkt neben dieses alte stadttor eine riesenstraße wo direkt dahinter eine riesige betonierte spielbank ist also da fehlt ein bisschen der sinn für die ästhetik und für sinn für die erhaltung des historischen stadtkerns jetzt stellen wir uns auf 125 km gerade ein und da freuen wir uns jetzt schon drauf und dann auch auf frankreich aber bis dahin ist es noch ein kleines stück ja mit der fähre dort von ober billig aus könnte man jetzt rüber fahren nach luxemburg nach wasser wasser billig heißt es da drüben oder? nach wasser billig genau aber das werden wir jetzt nicht machen wir bleiben auf unserer Seite vielleicht irgendwann später mal fahren jetzt noch ein stückchen bis in das nächste kleine örtchen was mittel heißt und gehen da noch mal ein bisschen geld abheben weil ich bin mir nicht so ganz sicher wie es wie gut es dann geht mit geld abheben auf ja in frankreich mit unseren karten deswegen lieber noch ein bisschen bargeld dabei haben falls es irgendwie nötig sein sollte immer nicht schlecht ich glaube frankreich ist mit dem kontaktlos bezahlen bestimmt auch ein bisschen weiter als deutschland aber man weiß es ja nie ja unsere blicke schweifen immer wieder auf die andere seite der mosel nach luxemburg interessanterweise gibt es an dieser staatsgrenze eine besonderheit die grenzlinie verläuft nicht etwa in der mitte der mosel sondern für beide staaten am jeweiligen ufer die mosel ist hier eines der heute seltenen gebiete die als kondominium bezeichnet werden auf der mosel und auf den brücken gilt sowohl deutsches als auch luxemburgisches recht nachdem wir den speckgürtel von trier und damit auch den lärm diverser bundesstraßen hinter uns gelassen haben wird die landschaft um den fahrradweg wieder sehr viel reizvoller vorbei an mehreren moselauen erreichen wir bald das saarland und befinden uns damit in unmittelbarer nähe zu frankreich hätte gar nicht gedacht dass wir so schnell am eiffelturm angekommen sind sind wir schon in paris scheint so vielleicht in der miniatur variante nein wir sind jetzt natürlich soeben über die grenze gefahren oder machen es jetzt gleich aber ich glaube wir sind jetzt schon in frankreich ist auch völlig egal ja der weg bis hierher war jetzt sehr sehr unspektakulär deswegen haben wir jetzt gar nicht so viel gezeigt 50 kilometer haben wir schon hinter uns 70 stehen uns noch bevor und jetzt sind wir gespannt was uns die franzosen so zeigen werden auf der anderen seite der mosel liegt jetzt immer noch luxemburg und der ort schengen der ja schon sehr bekannt ist international und jetzt fahren wir aber erstmal ein paar kleinere französische ortschaften hinein wechseln dann gleich auch die seite fahren also auf die andere seite der mosel schauen mal wie es sich da so fährt und so radelt und ja was wir da so für begegnungen machen werden wir haben deutschland nun also verlassen und freuen uns auf ein neues abenteuer in frankreich doch was wir noch nicht wissen die nächsten 70 kilometer sollten alles sein bloß nicht abenteuerlich zweimal überqueren wir die mosel auf landstraßen danach sind wir hauptsächlich wieder auf radwegen unterwegs landschaftlich soll uns der chemin de la mosel wie er nun hier heißt erst gar nicht überzeugen nur selten gibt es euphorisierende ausblicke teilweise fangen wir uns regelrecht an zu langweilen doch so kommen wir wenigstens schnell vorwärts denn der weg bis nach metz ist noch weit noch etwa 35 kilometer haben wir jetzt vor uns und wir sind jetzt schon durch den ersten größeren ort gefahren siangville oder siangville keine ahnung ich kann kein französisch und der nächste noch etwas größere ort ist dann metz da wollten wir ursprünglich eigentlich hin aber da wir da einfach keine unterkunft gefunden haben geht es noch etwas weiter in südliche richtung wir denken mal dass wir dann so gegen 16 17 Uhr unser ziel erreichen werden und dann chillen wir noch ein bisschen und freuen uns dass wir heute ganz gut vorwärts kamen nicht wahr? wir haben uns gefragt wann eigentlich mal der nächste rastplatz kommt jetzt hatten wir uns ja vorhin einfach auf die wiese gesetzt und hier der war schon vor 200 metern ausgeschildert als solcher ist er nun endlich der prachtvolle rastplatz mit schöner geräuschkulisse und herrlichen blick wir merken dass wir metz näher kommen müssen und schon bald erblicken wir die pompöse kathedrale der stadt es bleibt aber nur beim blick aus der ferne denn wir wollen noch ein stück weiter fahren bis in den südlichen ortsteil unlieb wir sind angekommen an unserem zielort und genau da wo wir hin wollten ins feinste gewerbegebiet im süden von metz zeigen wir euch jetzt mal den ausblick den wir von unserer unterkunft haben wunderschön was sagen die statistiken für heute? das haben wir geschafft ja wir sind jetzt 125 km geradelt haben uns viele stunden lang eigentlich schon regelrecht gelangweilt also die strecke war heute wirklich sehr unaufgeregt ja aber darum ging es ja heute Kilometer schrubben und jetzt ist es vielleicht auch nicht schlecht dass wir gesagt haben wir fahren morgen direkt weiter nach nang si und ja gut wir werden schon nochmal direkt nach metz rein mal kathedrale anschauen und so aber ich weiß nicht ob jetzt hier irgendwie busse oder irgendetwas ins zentrum fahren müssen wir nochmal prüfen wir sind jedenfalls bestimmt so fünf kilometer entfernt vom zentrum ja und ansonsten haben wir morgen dann eine etwas kürzere tour aber deswegen was gut ist und unseren wohltag verbringen wir dann hoffentlich eher im zentrum aber da müssen wir jetzt auch noch gucken ach ne du hast doch schon was gebucht ich hab schon was gebucht ja ein bisschen was schickeres als das heutige ja wenn wir vor drei tagen hier angekommen hätten wir auf den campingplatz noch von metz übernachten können aber der hat eben vor drei tagen geschlossen ja leider müssen wir jetzt hier mit vorliegen nehmen genau mit unserem elf quadratmeter zimmer so eine zelle und dort ich glaube das ist irgendwie wahrscheinlich noch die die nasszelle da hinten vermutlich haben wir gar nicht reingeguckt ich habe mich noch ich traue mich auch nicht so richtig rein zu gucken aber das gute ist wir sind hier direkt am lidl es gibt noch mehrere restaurants und einfach alle annehmlichkeiten die so ein gewerbegebiet einfach zu bieten hat ich kriege vielleicht sogar noch einen flaschenhalter heute das wäre gut geil also ich liebe das irgendwie ist es echt wie so ein motel hier mit diesem gang hier außen ich habe das jetzt noch nie in so ein ding so eine monteur wohnung morgen haben wir eine schöne fähigen wohnung hoffentlich ansonsten dann erstmal bonnie nein noch nicht ganz bonn 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 Ausgestattet mit einem neuen Flaschenhalter für mein Fahrrad und Verpflegung für den Tag, packen wir schon am frühen Morgen unsere Sachen und verlassen bei ungemütlichem Nieselregen das Gewerbegebiet um Metz. Mystische Nebelschwaden hängen über der Mussel. Plötzlich taucht wie aus dem Nichts der Umriss eines riesigen Aquädukts vor uns auf. Das alte römische Bauwerk aus dem 2. Jahrhundert überspannte einst auf einer Strecke von einem Kilometer in über 100 monumentalen Säulen das Moseltal und erstreckte sich insgesamt, zumeist unterirdisch, über 22 Kilometer. Das Zeitzeugnis antiker Baukunst gilt als eines der am besten erhaltenen Aquädukte der weströmischen Welt. eine Umleitung hier an dieser Brücke wird gebaut auf Englisch und das witzigste auf Deutsch hier wurde gut übersetzt ich glaube da sollten wir uns dran halten ich weiß aber nicht, ob wir das machen es ist auch ganz schön eng, um das Fahrrad zu schieben also Umleitungen sind natürlich immer ärgerlich aber wenn dann hier eine neue Brücke für Radfahrer und Fußgänger entsteht ist das doch ganz nett auf jeden Fall da schiebt man auch mal kurz sein Rad und wenn man nächstes mal gelangt hat, gehen wir vielleicht schon über die Brücke auch wenn sich die Sonne bis jetzt noch nicht blicken ließ wir genießen die Fahrt zwischen den Bäumen auf ebener Strecke in der Gemeinde Pont am Mousson beeindruckt ein sakrales Bauwerk mit der schwierig auszusprechenden Bezeichnung Prémonts Tratenser Abtei heutzutage dient die prachtvolle ehemalige Abtei als Kulturzentrum und Hotel und kann besichtigt werden auch die punktvolle römisch-katholische Fahrkirche St. Martin zeugt von der reichen geistlichen Vergangenheit des Ortes Es sind jetzt nur noch 18 Kilometer bis zu unserem Ziel aber wir haben bald schon die Stadtgrenzen von Nong Si vermutlich erreicht momentan fahren wir neben einer sehr lauten Autobahn und ja das Wetter wird irgendwie immer naja nicht schlechter aber es wird dunkler und gegen 13 Uhr soll dann ordentlicher Regen runterkommen bis dahin wollen wir dann in der Stadt sein was kann man zur Strecke sagen anfangs richtig schön und jetzt auch so der zweite Teil eigentlich ja auch wieder ein bisschen trist oder? ja aber auf jeden Fall schönes herbstliches Gelände durch das wir fahren ja so viel bewaldete Gebiete und wirklich viel Wasser also wir sehen heute auch viel von der Mosel und diesen Nebenflüssen fahren ständig über irgendwelche Brücken drüber das ist ganz nett und ja also es ist jedenfalls nicht so eintönig wie gestern und außerdem ist es heute auch viel wärmer so dass wir überhaupt nicht frieren mussten heute früher auch nicht ne überhaupt nicht also jetzt schwitzt man eigentlich fast grad ganz schön sind jetzt gerade 17 Grad für Mitte Oktober ist das schon ordentlich naja wir werden jetzt mal schauen wir müssen bald in den nächsten Ort reinkommen und falls es anfängt zu regnen dann können wir uns da ja runter stellen 6 Uhr können wir leider erst in unsere Unterkunft naja so ist das halt vielleicht finden wir ja ein schönes Café die Routenführung auf dem Weg nach Nongsi gefällt uns sehr im Vergleich zu den großflächigen Industriebezirken die wir bei den Städten Thion Wil und Metz durchquert hatten haben wir hier das Glück zumeist auf Radwegen entlang von Grünanlagen unterwegs zu sein ganz unbemerkt in dem Moment verlassen wir den Mosel Radweg an dieser Stelle der Nimose verläuft in einer Schleife westlich um Nongsi herum auf einem wunderbar angelegten Radweg entlang eines Kanals rateln wir entspannt in die Stadt hinein Nongsi begrüßt uns kaum dass wir angekommen sind mit einem Nieselregen der allmählich immer stärker wird glücklicherweise dürfen wir unser Apartment schon etwas eher beziehen als gedacht und uns vor dem ungemütlichen Wetter in Sicherheit bringen wir kommen in einer anderen Welt willkommen in einer anderen Welt die Straße ist oder der Ort wo man sich gerade befindet der Stadtteil die Buden sehen immer wieder richtig gut aus das wird jetzt unser Unterkunft für die nächsten zwei Tage da freuen wir uns jetzt mal auch mal einen Tag richtig chillern zu können morgen schauen wir uns dann Nongsi an hoffentlich nicht bald ganz so viel Regen oder vielleicht nachher noch nach der Sonne wann die Sonne sogar rauskommt und es gibt ja doch noch ein paar Dinge hier zu sehen jetzt erstmal komplett alles von den Rädern packen was ja auch die Chance gibt auch mal wieder alles neu zu packen das kommt doch irgendwie immer durcheinander über die Tage und ja dann schauen wir mal wie es weiter geht Anna hat sich jetzt seinen Lebenstraum erfüllt immer mal mit so einem Baguette herumlaufen eigentlich muss das so aus der Fahrradtasche rausgucken das kriegen wir vielleicht auch noch irgendwann mal hin ja wir haben Baguette wir haben noch ein Brot von dem wir glauben dass es mit Kastanienmehl gebacken ist aber wir sind uns nicht ganz sicher und ich habe noch leckere verschiedene Croissants da sind wir jetzt versorgt fürs Frühstück ja das auf jeden Fall ansonsten ist es heute sehr trist hier war gut dass wir heute einen Ruhetag haben weil es regnet die ganze Zeit war es nicht so toll aber morgen soll dann wieder deutlich besseres Wetter sein dann können wir dann ganz entspannt weiter radeln und sobald es ein bisschen nachgelassen hat mit dem Regen heute werden wir uns noch Monsi anschauen das machen wir wir beginnen unseren Stadtrundgang an der barocken Kathedrale Notre Dame der bekannteste Platz der Stadt der Place Danislas gilt als ein Meisterwerk des französischen Klassizismus und als einer der schönsten Plätze der Welt die prachtvollen Goldverzierungen brachten Nancy den Beinamen Stadt der goldenen Tore ein Herzogs Danislas von Lothringen ehemaliger polnischer König wollte durch eine städtebauliche Maßnahme die mittelalterliche Altstadt von Nancy mit der Neustadt verbinden und ließ um 1750 zu Ehren seines Schwiegersohnes König Louis-Chanes den Place Royal errichten das Denkmal des Königs wurde jedoch im Zuge der französischen Revolution entfernt und später durch eine Statue Herzogs Danislas ersetzt der Platz ist heutzutage eine Fußgängerzone und zählt gemeinsam mit dem Place de la Carrière und dem Place d'Alliance zum UNESCO Weltkulturerbe Architekturdenkmäler verschiedener Jahrhunderte treffen hier aufeinander die Basilica sans d'Evres im neogotischen Stil und nur wenige Schritte entfernt das mittelalterliche Stadttor Porte de la Grave das der ursprünglichen Epoche der Gotik zuzuordnen ist nach einem langen Fahrradtag und einem interessanten Spaziergang durch die Stilepoche Nancy ist uns nach einer Stärkung zumute diese finden wir ganz und gar nicht landestypisch aber sehr lecker in einem thailändischen Restaurant 6,5 Gramm Zucker und der Fangfahrt Weniger als bei mir und guten Appetit Frohe Appetit Wir fahren los in Nancy hier schön am Kanal entlang vor der Sonne es ist um 10 wir sind also entspannt gestartet heute und fahren heute weiterhin sehr oft und sehr lange entlang von einem Kanal ich weiß nicht von mehreren Kanälen und dann in Richtung der Burgessen aber noch nicht so ganz glaube ich noch nicht so ganz hoch naja schon also noch nicht hoch aber ins Gebiet der Burgessen und von 78 Kilometern heute sind laut Komoot 74 Kilometer auf Radwegen das klingt doch schon mal sehr schön ja und jetzt geht es da lang entlang des Kanals das klingt doch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sehen wir tatsächlich endlich mal wieder die eigentliche Mosel. Wir fahren ja die ganze Zeit an einem Kanal entlang, jetzt schon seit, ja keine Ahnung, 65 Kilometern oder so. Und hier gibt es tatsächlich auch mal einen Rastplatz, das haben wir heute auch noch gar nicht so häufig gesehen. Mit herrlichem Blick auf die Mosel und auf der anderen Seite der besagte Kanal. Sehr idyllisch hier. Das nutzen wir jetzt gleich mal und genehmigen uns noch einen kleinen Snack. Wir haben natürlich noch gar nicht Mittag gegessen, hatten nur bis jetzt ein paar Kekse beknabbert unterwegs. Und dann ist es jetzt auch nicht mehr so weit, ungefähr nur noch 20 Kilometer bis zu unserem nächsten Campingplatz. Der liegt in Epinal, einem Örtchen, Städtchen, was wir noch nicht kennen, aber was auch ganz schön sein soll. Bis dahin radeln wir dann heute noch und dann schlafen wir diese Nacht endlich mal wieder im Zelt. Gut, genießen wir jetzt noch ein bisschen leckeres französisches Brot aus den Lidl. Und genießen hier noch den Ausblick bei herrlichstem Oktoberwetter, muss man sagen. Also heute ist der 21. Oktober, glaube ich. Das ist schon Wahnsinn. Naja, wenn wir an unsere letzte Oktoberradreise denken. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Wollen wir jetzt mal nicht meckern, ne? Ja, so ein Glück. Ja. Also manchmal spielen die Fahrräder verrückt mit uns. Also wir sitzen hier ganz normal. Bisher ist ja noch nichts mit unseren Rädern passiert. Auf einmal gucke ich so an das Vorderrad und dann ist einfach die Luft runter. Tadam. Tadam, ja. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Aber jetzt wahrscheinlich in der Zeit, wo wir jetzt hier saßen, ist es schön rausgegangen alles. Hat da eine Wespe reingestochen oder was? Also es ist da jetzt passiert. Ja, müssen wir jetzt mal ergründen. Also da ist wohl der Übeltäter. Tatsächlich ein Dorn, der sich da reingebohrt hat. Oh, jetzt ist es weg. Das war shit. Gut, gleich mal die Stelle merken. Ungefähr ein Drittel vom Ventil weg. Okay. Werden wir dann mal versuchen zu flicken. So, Annes Rads fährt zwar erst mal wieder. Auch wie man gleich auf dem Video sieht. Jetzt schlackert das Rad ganz schön. Denn wir hatten jetzt nochmal ein wenig Pech. Und irgendwie hat unsere Pumpe jetzt mitten beim Aufpumpen den Geist abgegeben. Oder sie kriegt einfach nicht mehr genügend Druck zustande. Jedenfalls konnte man jetzt pumpen, wie wir wollten. Es wollte dann einfach nicht voller werden. Jetzt läuft wahrscheinlich gerade hier Annes Reifen auf ein Bar oder irgend sowas. Es hätte jetzt zwei Optionen gegeben. Entweder ich wäre jetzt mit Annes Rad sozusagen. Also mit dem Vorderrad. Jetzt zu der Pumpstation zurückgefahren. Zu so einer Fahrradwerkstation. Die ist so ungefähr zweieinhalb Kilometer entfernt von uns war. Hätte es dort aufpumpen können. Wieder zurückfahren. Aber wir haben jetzt gesagt, so weit ist der Weg nicht mehr. Wir versuchen es jetzt einfach. Wir fahren ja hier auf perfekten Asphalt. Ja, und da hoffen wir jetzt halt, dass da nicht mehr so viel passiert. Auf diesen guten Untergrund müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise Anne, dass sie jetzt da nicht über die Bordsteine zu sehr brettert. Aber es sind ja noch so zwölf Kilometer bis zu unserem Zielort. Und dort wird bestimmt nur ein Fahrradladen. Wir sind nur noch wenige Kilometer von unserem angepeilten Campingplatz entfernt. und fahren jetzt hier auf einem wunderschönen Fahrradweg. Also wirklich traumhaft gelegen zwischen den Bäumen an einem Kanal, hätte ich es gedacht. Aber doch ein bisschen hübscher angelegt als die Wege, die wir bisher heute gefahren sind. Und ja, es freut uns, dass wir den Radeltag hier jetzt noch so herrlich ausklingen lassen können. Und jetzt geht's dir an. Also, wir können hier ein bisschen aufhören. Also, wir können hieruls hin, den können hier schon nochmal geTFüyorios tiefen, wo immer in den dari den Augen welt diesestera grupos ist. Wir scheinen in einem Tierpark gelandet zu sein. Ziegen, Esel, hier sind Vogelvorrieren und auch noch ein Karussell für Kinder. Also es ist ja schön, die Tiere zu sehen, aber wir suchen eigentlich den Campingplatz. Wo sind wir hier nur gelandet? Fahren wir wieder durch das Tor raus. Das erklärt, warum hier so viele Familien hin unterwegs waren. Vielleicht hätten wir noch ein Stück weiter die Straße fahren sein. Ja, ein netter kleiner Abstecher aufs Schloss hoch. Schadet auch nicht. Hier sieht es so aus wie eventuell Campingplatz. Schauen wir mal. Oh mein Gott, wir sind auf dem Campingplatz angekommen. Wir haben ihn gefunden. Sieht doch gut aus. Domain de Chateau Epinal Camping. Befusszeiten bis 31.10. bis 19 Uhr. So, einen Campingplatz haben wir ja gefunden. Und jetzt muss ich auch noch zu Decathlon um eine neue Luftpumpe zu kaufen. Und vielleicht noch ein bisschen Flickzeug. Und zum Glück gibt es hier einen direkt in der Nähe, der bis halb sieben offen hat. Das werde ich also noch schaffen. Dann sind wir hoffentlich wieder richtig ausgestattet. War leider heute nicht so ganz der glückliche Tag, muss man sagen. Ich habe jetzt noch den Plopschutzer mein Lavaliermikrofon verloren. Irgendwo. Das ist auch sehr ärgerlich. Na ja, so ist das. Schwund gibt es immer. Aber Hauptsache wir können unsere Tour ordentlich beenden. Interessante Art der Fahrradsicherung. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe eine Pumpe bekommen. Ich habe Flickzeug bekommen. Hoffentlich taugt das Zeug was. Und dann werde ich mich jetzt gleich mal an eines Reifen probieren. So, wollen wir jetzt mal schauen, ob das hier funktioniert. Das ist hier zum Tritt. Das geht wahrscheinlich etwas schneller als mit dieser ollen Handpumpe, die wir jetzt irgendwie mit hatten und sowieso nicht mehr funktioniert hat. So, 60 psi, das sollte reichen. Das ging eigentlich relativ schnell jetzt. Wunderbar. Warum habe ich mir das nicht vorher so ein Ding geholt? Das ist super. So, Anne, während du hier kochst, was ist das Fazit des Tages? Tja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ist das Fazit des Tages. Weil eigentlich war es heute wirklich, ja wirklich perfekt. Tolles Wetter, tolles Radeln, trotz manchmal ganz schön heftiger Windböen, die uns entgegengeschleudert sind. Aber es war sehr, sehr schön. Bis dann irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Unglück dem nächsten folgte. Erst war der Platten von meinem Fahrrad. Das wäre ja an sich nicht so schlimm gewesen. Aber ja, dann hat irgendwie die Pumpe nicht mehr funktioniert. Und dann war der eine Ersatzschlauch auch noch leider schon kaputt. Und ja, das war dann irgendwie blöd. Und dann hatte Philipp noch das Stativ versehentlich verloren. Das hat er dann aber wieder gefunden. Dann hat er noch was anderes fallen lassen. Also sie haben ständig irgendwas verloren und wieder wieder aufgesammelt. Bloß das eine haben wir leider nicht mehr wieder gefunden. Ein Teil von unserem Mikro. Das ist jetzt natürlich blöd. So, dass wir das jetzt gar nicht mehr nutzen können. Ja, zumindest das Lavalier-Mikro. Aber dann muss ich mir halt das direkt ans Gewehr heften. An's Re-Wer. Re-Wer. Gewehr. Ne, ein Zweier geht ans Gewehr. Aber das Positive ist, muss man sagen, dass heute wirklich viele, viele, also die Leute waren wirklich sehr freundlich heute, denen wir allen begegnet sind. Ja, und das Wetter war natürlich toll. Das Wetter war freundlich. Und jetzt sind wir, jetzt oben bei Decathlon habe ich schon so ein bisschen die Ausläufer oder Lavorgesen gesehen. Und da freuen wir uns natürlich morgen dann drauf. Ja. Endlich in die Berge zu fahren. Das machen wir. Das machen wir. Aber vorher gibt es was zu essen. Ja. Das sieht schon wieder nicht so gut aus. Ach, das sieht top aus. Anna hat noch Wasser geholt. Und wir verabschieden uns jetzt von diesem kleinen süßen Campingplatz hier. Ganze 14 Euro hat es gerade mal gekostet die Nacht. Rekord. Das ist auf jeden Fall Rekord, ja. Und jetzt ist es zwar noch richtig schön kalt gerade, aber die Sonne kommt schon raus. Und wir freuen uns jetzt auf den Weg. Erstmal müssen wir jetzt wieder aus Epinal raus. Dann leider ein längeres Stück auf der Straße fahren. Aber dann fahren wir auf eine ehemalige Bahntrasse wohl. Und da geht es dann bis zur Quelle der Mosel heute. Ja, sozusagen die letzte Etappe des ersten Teils unserer Radreise. Ja, heute geht es richtig nach oben und wahrscheinlich auch auf den höchsten Punkt. Obwohl, dann vielleicht erst morgen, ne? Das werden wir sehen, ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf das, was uns heute Frankreich noch zu bieten hat. Und ja, sehen wir euch gerne wieder mit. Ja. Das Beste ist, ich habe wieder richtig gut Luft vorne drauf. Ich habe zwei funktionierende Flaschenhalter. Und wir haben jetzt auch noch eine Luftpumpe, die um einiges besser funktioniert als unsere. Also sind wir jetzt erstmal wieder gut ausgestattet. Wir verlassen Epinal und begeben uns auf die Velo-Route Richtung Rémy-Rémont. Es sollten nun 30 Kilometer auf Landstraßen. Obwohl parallel eine Autobahn und eine weitere Straße verlaufen, werden wir das ein oder andere Mal sehr knapp und sehr schnell überholt. Dieses wohl der am wenigsten familienfreundliche Teil der gesamten Radroute entlang der Mosel. Schade, denn a premier moment sollte uns ein exzellenter Abschnitt der Radroute erwarten. Aber bis dahin ist es noch ein ganzes Stück. Heute mal eine Umleitung der anderen Art. Keine Baustelle, sondern Sonntagsmarkt. Da kommen wir nicht durch. Das wollen wir auch gar nicht versuchen. Lassen wir sie ihren Sonntag hier verbringen. Wir fahren anders herum. Das ist ein ganzes Stück. Bis zum nächsten Mal. Wir fahren weiter durch kleine, verschlafene Dörfer und erfreuen uns an der immer hügliger werdenden Landschaft der Vogesen. Und schon bald erreichen wir mit Rémi Remond die letzte größere Stadt von unserem Ziel. Bevor wir aber auf den heiß ersehnten Bahntrassenradweg strampeln dürfen, müssen wir noch etwas Wichtiges erledigen. Zugegebenermaßen waren ja die letzten Touren etwas, naja, wollen wir nicht sagen, ereignisarm. Aber jetzt in den Vogesen gibt es doch Sachen, die unsere Herzen wieder höher schlagen lassen. Ich habe ein wenig eingekauft. Ein wenig, sagt sie. Ein bisschen in meinem Körbchen. Ein bisschen Baguette und Gemüse. Du kannst das Körbchen, das ist ja praktisch, jetzt einfach hinten an deinem Fahrrad dranhängen. Vielleicht geht das sogar. Ich glaube, das rollt sich aber da nicht mehr so gut. Achso. Na, was machen wir da jetzt? Mitnehmen können wir das nicht. Ein bisschen was davon können jetzt. Okay. Dann essen wir einfach schon mal ein bisschen was davon. Na, wer sagt es denn? Alles verstaut. Wie durch ein Wunder ist alles verstaut. Sogar das Baguette. Das hätte eigentlich auch fast hier für längst in meine Tasche reingefasst. Hätte man bloß nicht mal hier andere reinmachen können. Naja. Froh darüber, dass in Frankreich auch am Sonntag die Supermärkte offen haben. geht es nun endlich auf den sogenannten Velo-Vert de Sot-Vosch. Dieser teilt sich an einen liebevoll gestalteten Fahrradkreisverkehr in zwei Richtungen auf. Links geht es auf 20 Kilometern bis nach Commimont. Rechts auf 30 Kilometern bis Busson. Ab nun ist also stressfreies und dank des sehr sanften Anstieges auch entspanntes Radeln angesagt. Die Vogesen sind ein Mittelgebirge im Osten Frankreichs, dessen höchste Erhebung der Grand Ballon mit 1424 Metern ist. Die Vogesen entstanden vor rund 50 Millionen Jahren. Zunächst als ein gemeinsames Bergmassiv mit dem heutigen Schwarzwald. Durch die Absenkung des Oberrheingrabens wurden die beiden Gebirge im Laufe der Zeitalter allmählich voneinander getrennt. Das ist doch mal ein wundervoller Weg hier, nachdem wir heute anfangs erst so viel Straße gefahren sind. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt seit Ré-Ré-O-Mont fahren wir jetzt einen wunderbaren Bahntrassenradweg hoch bis nach Busson, wo wir dann ja auch unseren Zeltplatz haben werden. Da hat Anne vorhin jetzt auch angerufen, auf wunderbaren Französisch gefragt, ob die auch Zelte nehmen, weil es ist ein 5-Sterne-Campingplatz, das weiß man ja nicht. Ja, aber nehmen es anscheinend, lassen sie uns mal ein bisschen überraschen, was das dann kosten wird. Aber egal, äh... Ja, gönnen wir uns mal 5-Sterne-Campingplatz. Gönnen wir uns. Und jetzt blicken wir auch schon langsam auf die etwas höheren Berge der Vogesen, aber da wir ja auf einer Bahntrasse fahren, geht es natürlich nur sehr, sehr sacht nach oben. Das ist halt echt der Vorteil, kommen wir eigentlich überhaupt nicht ins Schwitzen, merken gar nicht, wie wir eigentlich die Höhenmeter machen. Ja. Also, kann man echt empfehlen. Ja, total. Richtig cooler Weg. Diese Strecke ungefähr 30 Kilometer. Von Ré-Ré-Ré-Mont bis Bussong. Und hier gerade wunderbar idyllisch. Rechts und links die Berge, alles in Herbstfarben. Also wir genießen das gerade hier total. Und können die Strecke wirklich super empfehlen. Bloß die Mosel sieht man nicht so oft. Wir haben sie vorhin mal kurz gesehen. Ich glaube, jetzt fließt sie gerade auch mal links von uns wahrscheinlich. Aber gut. Als Moselradweg wird das hier ja auch alles gar nicht mehr bezeichnet. Also das kennen wir ja zwar so aus Deutschland mit den Flussradwegen und auch direkt im Beispiel der Mosel, also auf deutscher Seite. Aber hier in Frankreich war es eigentlich nur kurz hinter der Grenze noch als Chemin de la Moselle bezeichnet. Und später eigentlich nicht mehr so richtig. Ja, wer weiß. Die Mosel fließt da trotzdem. Und wir werden dann nachher oder morgen uns mal die Quelle anschauen, wo sie entspringt. Und wir werden dann nachher oder morgen uns mal die Quelle anschauen. Bei St. Maurice de Moselle kommen wir an einer Abzweigung in Richtung des berühmten Ballon d'Azars vorbei. Der 1247 Meter hohe Berg war Teil der ersten Bergetappe der Tour de France im Jahr 1905. Es begegnen uns hier auch wieder viel mehr Radfahrende. Nicht verwunderlich bei diesem herrlichen Radweg mit Panoramablick auf die Berge. Besson ist nun auch nicht mehr weit weg. So, hier ist jetzt der Bahntrassenradweg zu Ende und wir sind in Besson. Das alte Bahnhofsgebäude steht noch und sieht eigentlich sehr hübsch aus. Damit ist jetzt unser toller Weg hier leider zu Ende. Aber wir sind ja auch gleich da, nicht mehr so lange. Und ja, war eine richtig coole Sache hier zu fahren, auf jeden Fall. Richtige Fahrradsportkarte mit den verschiedenen Routen. Also hier steht immer der Ausgangswert, ja, Route 12, wäre jetzt die hier. 155 Kilometer bei 3510 Höhenmetern. Schon eine ordentliche Route. Wahnsinn. Und damit es auch gut läuft, kann man hier noch Luft aufpumpen. Unseren Fünf-Sterne-Campingplatz lassen wir erstmal links liegen. Und kämpfen uns auf einer immer steiler werdenden Straße durch den Ort Besson bis zum Ursprung der Mosel hoch. Dieses Highlight wollen wir uns zum Ende des Tages nicht entgehen lassen. Wir haben die Moselquelle erreicht. Genau so sieht es aus. Das wollten wir uns jetzt nicht nehmen lassen, heute direkt noch hierher zu fahren. Es ist ein bisschen albern gewesen, jetzt diese letzten zwei Kilometer jetzt morgen oder übermorgen zu machen. Also kommt tatsächlich übermorgen auch direkt hier wieder dran vorbei, weil wir ja dann wieder auf der anderen Seite rüberfahren und runterfahren müssen. Ja, und jetzt ist es ganz cool. Man sieht hier nochmal, wo wir gestartet sind. Also wo wir am Moselradweg gestartet sind in Koblenz. Man sieht hier nochmal den Verlauf des ganzen Flusses bis hierher nach Besson. Nancy und dann bis nach Besson. Genau. 550 Kilometer Flusslänge. Ja, und hier entspringt sie. Kleine Mosel. Da haben wir einiges geschafft jetzt schon bis hierher. Wir sind eigentlich ein bisschen unwissentlich jetzt tatsächlich den ganzen Moselradweg gefahren. Das war jetzt eigentlich gar nicht das Ziel dieser Radreise. Aber nachdem wir es gemerkt haben, dachten wir, warum das nicht einfach als ersten Teil dieser Radreise nehmen. Und deswegen würden wir jetzt ja auch hier an dieser Stelle uns erstmal verabschieden. Und können auf jeden Fall den Moselradweg aber empfehlen, richtig toll zu fahren, vor allem auf deutscher Seite. Danach ist mal so ein bisschen viel Leerlauf, aber jetzt auch hier die letzten zwei Tage waren wieder wunderschön. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Ist auch kaum anstrengend. Also Höhenmeter sind ja quasi kaum vorhanden, außer man entscheidet sich mal, so wie wir eben mal, über die Weinberge zu fahren. Ja. Also wirklich ganz entspannt zu machen und für jeden machbar auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also eine herrliche Strecke entlang der Mosel. Und ja, landschaftlich sehr schön, kulturell. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns jetzt begleitet habt auf diesem ganzen Stück, dass wir jetzt gefahren sind. Und hoffen, dass ihr auch im nächsten Video wieder einschaltet, wenn wir dann noch ein bisschen weiter die Burgessen unsicher machen und auch noch durch den Elsass fahren, durch Kolmar, durch kleine mittelalterliche Dörfchen fahren und auch noch bis nach Straßburg und dann wieder zurück an den Rhein. Den Rheinradweg entlang nach Deutschland und dann wieder zurück in die Heimat. Nein, nicht bis in die Heimat nach Mainz, sondern bis nach Mainz zum Ausgangspunkt der Tour. Und morgen haben wir hier nochmal einen Ruhetag. Und den werde ich aber nutzen, um hier den nächsten Berg mal hochzufahren, den Le Troumont, 1200 Meter hoch. Da nehme ich euch natürlich auch schon mit, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen dann. Und ansonsten würden wir sagen, macht es erst mal gut. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht, euch hat das Video gefallen und ihr könnt es gerne liken, wenn dies der Fall ist. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da würden wir uns sehr freuen. Wir verabschieden uns heute ganz ausnahmsweise mal mit einem Au Revoir. Au Revoir. Gute Fahrt und bis bald. Gute Fahrt und bis bald.